Naja. Lass ich einfach mal so. Immer so lassen einfach. So. Ja. Fell vor. Ach. Kann man hier machen. Na super. Ja. Ne. Will ich nicht. Das ist ja noch blödsinniger einfach. Ne. Das ist. Lass ich mal lieber so. So. Das haben wir schon mal. Vorhin haben wir es oben. Accessoires. Was hat Lissi eigentlich? Hat die auch noch ein Dings mit Herz? Ich weiß das gar nicht. Alter wie das aus dem Stern ey. Irgendwie lustig. Das Gräuliche passt zu den Sternen. Das ist super. Würde ich auch lassen. Das Herz passt auch super. Das passt perfekt. So. Machen wir da noch die Merk-Persönlichkeit, Merkmal und all so ein Kack. Lissi ist ja auf jeden Fall freundlich. Abenteuer lustig, aggressiv nicht, ahnungslos, ne, faul, ne, eigentlich nicht. Das auf jeden Fall. Ein Genie. Ist er eigentlich auch. Genie auch. Ne. Genie auch. Genie auch. Dann kann ich denen noch schön was beibringen und so. Wäre super. Super. Hyperaktiv glaube ich nicht. Sie sind übertrieben aktiv und bleiben nie an einem Ort. Sie können viel schneller Energie aufbauen. Und diese was? Und diese länger halten. Jäger. Hervorragend. Die haben heute auch zu fliegen. Wie kann man? Ja. Weiß ich nicht. Erlaub nicht. Das habe ich auch auf jeden Fall. So. Dann haben wir das schon mal. Oh, das lass ich auch mal so. Gut. Dann machen wir das mal. Jetzt wieder einen Haufen Geld. Dann machen wir das mal. Da müssen wir die Familie kommen. Aber das ist nicht so schlimm. Ähm. So. So. Nehm ich mal so. So. Lassse ich mal so. Ja. Gut. Ähm. Die alte, die kann dann weg. Die brauche ich nicht. Ist hier der Text kommen? Ja, ja, ja. Leg mich am Arsch. So. Okay. Den füge ich da mal zu den Fallen vom Stuhl hinzu. Und dann Kopie platzieren. Wo bin ich denn da? Ach da. Fall vom Stuhl. Genau. Alter, 19.000? Ernsthaft? Was? Familie verbinden. Joa. Verbinden. Wäre super. Wird bearbeitet. Das ist nur ein, das sind nur Wofis, ne? Hi. Na, zwei Lissis hier, das, oder zwei. Na ja, von denen zwei, das wäre auch ein bisschen blöd. So, warte mal. Dann würde ich mal Haushalt wechseln. Ach, nicht im Haushalt ändern. Ja. Ja. Ähm. Haushalt wählen. Dann wähle ich mal meinen. Mal meinen. Genau. Wählen. Super. Laden. Speichern werde ich auch noch mal. Was? Ähm. Ich spiele gerade zwei Songs mit einmal. Hört sich jetzt zu Range an. Gut. Was? Glückwunsch. Mutti hat genügend Bekanntschaften gemacht, um die Fähigkeit, Herausforderung, Berühmtheit abzuschließen. Sieh die Fähigkeit, Fähigkeit ins Tagebuch, Mutti, nach. Um dich über deine Belohnung zu informieren. Jo. Was ist das jetzt? Spielerupdates? Was? Hä? Okay. Naja. Da ist er ja, der Rex. Mensch. Ähm. Was geht denn hier ab? Hab er Vollfunkstuhl? Emma Hatch. Was sind die denn hier? Da ist ja der Rex. Hier. Haben wir zwei Woofies. Das ist ja super. Mit Sternen auf dem Arsch und Herz auf der Brust. Das ist, ja, männertypisch. Was? Rockstar. Ja. Wäre eine Idee, aber kann ich jetzt nicht machen. Nein. Noch kein... Ein paar Gitarre spielen könnte man machen. Muss man aber nicht. Mutti. Ich will mal gucken, was sie arbeitstechnisch hat hier. In zehn Stunden muss sie wieder arbeiten. Denk sieht gut aus. Ähm. Fähigkeiten. Kochen hat die... Was? Level 9? Ne. Level 8. Ja, aber Level 9 war. Ui. Charisma. Athlet. Was? Athletik? What the fuck? Warum? Alter. Die Lissi. Rumpelbeschnüffeln. Ja, kann sie machen. Gewinne Mutti als beste Freundin. Kann man auch machen. Rex beschnüffeln. Mit dem sollst du ja auch interagieren. Das wäre nicht schlecht. Alter, sie muss mal... Raus. So. Der muss schlafen. Der muss laufen. Muss er. Der Rex. Alter. Ja. Stimmt. Die hat ja da einfach mal so... Ja. Ah, die Pfütze scheint gewandert zu sein. Der Lissi muss ich echt noch Manieren beibringen. Ganz ehrlich. Das ist ja... Nicht gerade gut. Oh, jetzt muss ich mir eben fünf Leute kümmern. Das... Oder... Naja, drei Leute und zwei Wufis. Zwei Wufis. Geht ja. Von der Schwierigkeit her... Von der Schwierigkeit her geht das ja, aber... Oh, ich muss pissen. Oh, benutzen. Stimmt. Die Modi, was hat die denn? Oh, die muss auch. Dann, ähm... Ja. Abziehen. Benutzen. Und... Mal soziales Räumen schon runter, ne? Das ist... Was macht der Vater? Alter, hier müssen alle pissen. Das ist einfach krank. Oh, ist doch auch noch ein Dings, ne? Den kann er hier einfach mal... ...abstrunzen. So. Alter, 34.000, ey. Haben die jetzt... Kann ich mal noch eine Etage anbauen? Aber ich weiß nicht, wozu. Weil... Viel mehr habe ich hier ja jetzt auch nicht, ne? Können oben vielleicht eine ganze Party-Terrasse machen oder so. Wäre bestimmt auch super. Aber... Hm. Weiß ich nicht. So eine Party-Terrasse mit Grill und... Ja. Na, Grill haben sie ja eigentlich auch hier, aber... ...hier haben ja nichts stehen hier. Müssen sie ja nicht auch mal ändern. Hier steht gar nichts. Weißt du die? Weiß ich nicht. So. Ja, die brauchen noch zwei Fressnäpfe, ne? Auf jeden Fall. Der Rex kann ja... Kann ja... Äh... Wo kann die eigentlich pennen? Ja, entweder oben oder im Gästezimmer einfach. Oder im Gästezimmer pennen. Ach, der braucht ja auch Futternäpfe, ne? Gut, dann machen wir das mal. Bevor wir weitermachen. Ähm... ...hier Bedarf. Gibt es hier auch ein Silber oder so? Wäre super. Aber dann kann ich das besser unterscheiden. Was haben die ja genug hier alles? Das haben die ja alles hier irgendwie. Gut. Lassen wir das mal. Also wenn sie über 100.000 haben, kaufe ich denen mal ein neues Auto. Dann können wir mal eine hütliche Sportkarre holen. Oder dann reiße ich die Büsche weg, mache ein paar Einfahrten wegen Autos und so. Oder ich baue hier eine Garage an. Das wäre auch super eigentlich. Eine schöne Garage, aber die Fenster und so. Hahaha. Hm. Hier raus könnte ich eigentlich auch eine Garage. Einfach mal ein paar Wände hinzimmern. Das reiße ich weg. Wände hinzimmern und dann kommt schon die Garage hier hin. Wäre doch nicht schlecht. Geld haben sie ja hier noch. Vielleicht mache ich das auch einfach. Haben die da denn auch Fenster? Och, die haben gar keine. Fenster sind ja auch nicht. Das ist super. Na gut, dann machen wir das erstmal. Ja, das ist ja der Baumodus. Den brauche ich. Handtunen kann ich hier keine Zäune trocken. Kann ich hier nicht. Wieso kann ich die hier nicht einfach mal wegnehmen? Achso. Na, das ist ja super. Da müsste ich hier eigentlich irgendwo auch eine Tür zu hinzimmern, ne? Mach ich eigentlich... Kann ich ja eigentlich dann auch... Ja, die schönen Büsche, aber... Schadung, die schönen Büsche, aber... Die brauchst du so nicht. So. Kann ich eigentlich hier so ein bisschen dranbinden. So, dann brauche ich mal... Wände. Das Fenster brauchen wir eigentlich auch nicht. Das haue ich dann auch mal raus. So. Dann... Brauche ich Wände. Achso, hatte ich ja schon. Siehste. Brauche ich hier eine Wand. So. So. Dann brauche ich hier noch eine Wand. Ich brauche hier nur eine Wand. So. Türen. Wohn- und Garagentor, ne? Garagentür, ja. Kann ich auf anderen Objekten? Was? Wieso? Hä? Garagentür... Tor? Wieso? Wieso? Muss in einer Wand platziert... Alter... Alter... Wieso kann man das jetzt nicht so machen? Ich... Hau ich mal raus? Was? Vielleicht liegt das daran? Hallo? Jetzt geht's! Nämlich mal die bessere denn, ne? Das sieht so scheiße aus. Kann man hier auch zwei reinballern. Kann man hier auch zwei reinballern? Dann würde ich das nämlich so machen. Dass ich das denn so mache und die zweite Tür dann da ran haue. Dann können die sich vielleicht mal zwei Autos reinballern. Einfach. Dann muss ich mal... Dann müsste ich das mal so wegmachen. Ja, wird baulastig und erstellungslastig und dies und das und jenes und keine Ahnung. Und aber... Soll ja auch schön werden, ne? So. Zwei Autos dürften ja hier reinpassen. Boah, die Pipettentur nehmen. Ähm, was? Hallo? So ist es. So ist es. Ich brauche noch Pipettentur, dann muss ich das hier mal... Ich brauche noch ein paar Autos. Mit all den Autos kriegen sie natürlich wieder. Neunzen. 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 So ein feistes geiles Autos. So blau. Wäre doch super. Kann man das auch... Na gut. Gut. Zehntausend haben sie noch. Das ist super. Das sind wir... Da brauchen wir noch Fenster und dies und das und jenes und oh. Hm. Dann haben wir mal so... Hauen wir mal da... Eigentlich würde auch Boden besser sein, so... ... Ja, weiß ich nicht. Hm. Böden? Kann man... Stein? Marmorboden. Wäre auch super. Aber... Bodenfliese? Ja... Holz... Ne... Stein. Neunzen. 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 Weil das wäre super. Braucht natürlich auch ein Dach, ne. Das ist natürlich klar. Neunzen. Neunzen. Muss ich mich um die Tapeten mal kümmern. Eigentlich reicht der Steinoptik... Äh... Die Steinoptik, das reicht eigentlich nicht. so können sie sich ja leisten weißt du ja ich meine jetzt ist es erstmal von innen na komm schon so ein ein ein